Ich bin mir mittlerweile gar nicht mehr sicher hier. Ich weiß nur, wenn ich diese Karte hier rein tue und in diese Karte reingucke. Die sieht dem Ganzen sehr ähnlich. Na wunderbar. Wieder eine doppelte Karte. Nja, Déjà-vu. Ich habe das alles schon mal gemacht. Ach, es war nur eine Test-Mitglied-Siedlung. Genau. Das ist also eine interessante Ruine. Ist das etwa ein Stronghold? Nein. Genau, das ist das hier gewesen. Hier habe ich ein bisschen Zeit abgemorgen und ihn weitergemacht. Ein altes Boot von mir und es ist nicht wie Spawn. Ich fasse es nicht. Ich hinterlasse eine Karte voller Artefakte. Herrlich witzig. Oh, wenn ihr Haie mir zu nahe kommt, gibt's Ärger. Ja. Dann mache ich euch unter Wasser nie Platz. Jetzt macht das wieder viel mehr Spaß. Unsicherheit. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ist weg. Ich habe nur keine Ahnung, wie ich gelaufen bin in der dritten Staffel. Sehr verwirrend. Ich habe leider keine Karte gebaut. Ich hätte eine bauen können. Ich habe jetzt leider keine Zeit für sowas. Ich muss ganz schnell in dieser Bucht hin. Das kann doch nicht sein, dass meine Sachen noch da sind. Genau. Und der Pferd. Die Pferde. Die Pferde. Die Pferde. Oh mein Gott. Wie viele denn noch? Die schwimmen sehr gerne. So. Da dürfte der Kanal sein. Mann, ich hatte wirklich keine Geduld in der zweiten Staffel am Anfang noch. Mann, er hatte Lektion mit der Geduld. Wunderbar. So. Hier irgendwo. Jetzt aber schnell. Der Bär ist immer noch da. Wow. 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 Einfach nur wow. Hahaha. Die Sachen sind alle noch hier. Einfach nur wow. Wow. Na. Ich bin eine Truhe. Oh, das Zeug diesbaut. Das hält nicht mehr lange. Ich habe tatsächlich alles wieder. Nach dieser elendlich langen Odyssee. Habe ich endlich meine Sachen wieder zurück. Schnell alles hier einkommen kann. Scheiß drauf. Kein Sinn. Kein Verstand. Es ist alles weg. Pass auf. Lecker kommt Creeper und explodiert alles. Es ist schon wieder scheiße dunkel hier. Das war so eine Katastrophe. Mit dem Bett und dem Bären. Aber ich konnte mich löchen. Unglaublich. Genial. Einfach genial. Einfach genial. Es war ziemlich einfacher. Mit Kanal und so. Aber. das ist wirklich der stafel 2 kanal nein 2 kanal und ich bin bei 32 weil es nicht so wichtig ist wichtig ist dass ich meine ganzen Sachen wieder habe was für eine Erleichterung so dann werde ich wirklich mal allen Mist hier einlagern mit Autosortiererei und das Sortier wieder mitbekommen na 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 na